Herzlich Willkommen zu Star Star Wars meine lieben Freunde und heute ist wieder Mittwoch und heute ist ein großer Tag ein großer Patch Tag denn heute kommt eine neue Welt heute kommt Epona ich denke es heißt so Epona eine neue Welt wunderschön wundertoll einfach nur gigantisch so viel Neues und wir werden uns jetzt auf dahin begeben um zu sehen was es da so Neues gibt und rausfinden und Quests machen und alles Neue entdecken und kennenlernen und spielen sondern werden wir mal dahin gehen und es ist alles angucken was es da Neues gibt zu tun und was es da für uns gibt mein Handy oder muss ich rangehen unterdrückte Nummer Peckys krasses Aufnahmestudio Pecky am Apparat Hallo ja ja da bin ich ja genau Epona ja ach so der Golden Hills Quest ja ähm Dinotal auch ja und Ruf auch noch bei Frau Drake aha ich soll meine Story Quest weitermachen okay das heißt ich kann da jetzt gar nicht hin nein ja 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 okay dann tschüss ja Leute äh ich kann da gar nicht hin Peckys neuer Patchnod wooh Бог Schall Wooh Wooh Ruf ich Bis zum nächsten Mal.